Ich bin Finn von Bitcoin einfach erklärt und in diesem Video will ich erläutern, warum Bitcoin das wertvollste Objekt der Menschheitsgeschichte ist. Ich hoffe im Laufe dieses Videos könnt ihr besser nachvollziehen, was ich mit dieser Aussage wirklich meine. Ich möchte dieses Video aber möglichst kurz halten, deswegen kann ich nur auf das Was eingehen, nicht auf das Wie. Wer sich für die Funktionsweise hinter Bitcoin genauer interessiert, der kann sich gerne auf meinem Kanal umgucken. Da gibt es bereits viele weitere Videos, in denen ich halt auf die Punkte, die ich in diesem Video erwähnen werde, genauer eingehe und die genauer erkläre. Auch wenn ihr Fragen habt zu Bitcoin, dann stellt die immer gerne in den Kommentaren, dann mache ich dazu ein neues Video. Ich möchte auch noch einen kurzen Disclaimer anfügen und zwar, wer die Aussagen in meinem Video nicht nachvollziehen kann oder die anzweifelt, der sollte auf keinen Fall in Bitcoin, in Anführungszeichen, investieren, sondern sich erst weiterbilden. Keine Panik, wir stehen noch ganz am Anfang. Die Verbreitung von Bitcoin, das wird ein Prozess sein, der sich über viele Jahre oder Jahrzehnte erstrecken wird. Jeder kann sich halt eben die Zeit nehmen, die er braucht, um Bitcoin zu verstehen. Wenn man sich vielleicht jetzt noch nicht damit beschäftigen möchte, ist das nicht schlimm. Ich würde das jedem Menschen empfehlen, aber Bitcoin ist auch in 10 Jahren noch da. Wir sind, was die Adoptionskurve von Bitcoin angeht, noch komplett am Anfang und damit meine ich auch noch komplett am Anfang. Also wie gesagt, keine Panik. Dieses Video ist auch keine Anlageberatung, wobei ich sagen muss, dass Bitcoin meiner Ansicht nach auch kein klassisches Investment ist, denn Bitcoin funktioniert als einzige Kryptowährung wie ein Rohstoff. Das heißt, wenn ich einen Bitcoin-Kauf tätige, unterstütze ich halt, anders als beim Aktienkauf oder im ETF-Kauf, unterstütze ich kein Unternehmen damit. Es gibt keinen Geschäftsführer, den ich damit breicher mache. Ich kaufe quasi einfach einen Rohstoff, einen dezentralen Rohstoff. Auch Gary Gensler, das ist ein Bitcoin-Experte und gleichzeitig der Chef der wichtigsten Regulierungsbehörde der Welt, der US-Börsenaufsicht, der sagt auch, dass Bitcoin ein Rohstoff ist und zwar nur Bitcoin, keine andere Kryptowährung. Andere Kryptowährungen sind überflüssig, die sind nicht dezentral, die haben kein Knappheitsversprechen, weil sie halt eben durch eine Partei ausgeweitet werden können. Und darüber hinaus ist Bitcoin kein klassisches Investment, denn wer seine Bitcoin wieder gegen Euro oder Dollar eintauschen will zu einem späteren Zeitpunkt, der hat Bitcoin einfach noch nicht verstanden. Bitcoin ist ein neues Geldsystem. Jeder, der Bitcoin wirklich verstanden hat, der wird seine Bitcoin nie wieder gegen Euro, Dollar oder anderes Fiat-Geld eintauschen. Jeder, der irgendwie plant, Bitcoin zu einem späteren Zeitpunkt für mehr Euro zu verkaufen, der sollte vielleicht lieber erst gar keine Bitcoin kaufen und sich mehr mit Bitcoin beschäftigen. Man muss verstehen, dass Bitcoin dafür entwickelt wurde, um das beste Geld der Menschheit zu sein. Da hat sich quasi ein Entwicklerteam, die Cypherpunks, die haben sich hingesetzt und überlegt, welche Probleme hatten die bisherigen Geldformen, wie könnten wir diese Probleme, die diese Geldformen hatten, einfach ausbessern und dadurch ist halt eben Bitcoin entstanden. Diese Dezentralität von Bitcoin lässt sich, wie gesagt, nicht wiederholen. Das ist auf eine Reihe von Zufällen basiert das und von klugen Entscheidungen. Wer jetzt eine dezentrale Kryptowährung rausbringt, die könnte irgendein Staat, irgendein Unternehmen mit Leichtigkeit zerstören. Bitcoin ist als einzige Kryptowährung über diesen Punkt hinweg. Bitcoin ist wirklich dezentral und kann nicht mehr von irgendeinem Staat oder so angegriffen und kontrolliert werden. Deswegen kann man auch behaupten, dass Bitcoin jetzt da ist und aller Voraussicht nach auch nie wieder verschwinden wird. Und das, was Bitcoin halt eben so besonders bahnbrechend macht, ist halt eben, dass Bitcoin als einziges Objekt auf diesem Planeten das Oracle-Problem löst. Alle Wertspeicher, die bisher existiert haben, also Gold, Silber, Land und so weiter, das sind alles physische Objekte. Die haben keine Verbindung zur digitalen Welt. Und das Problem ist jetzt, diese ganzen physischen Objekte, die können wir nicht nativ im Internet nutzen. Wir können Gold nicht übers Internet versenden, genauso wenig wie Immobilien. Um Gold also digital handelbar zu machen, muss eine zentrale Vertrauenspartei ein Gold-Zertifikat ausgeben und dieses Gold-Zertifikat soll dann dieses echte Gold digital repräsentieren. Und hier kommt jetzt dieses Oracle-Problem zum Tragen, denn dieses physische Gold ist ein komplett anderes Objekt als dieses Gold-Zertifikat. Die sind quasi überhaupt nicht verknüpft miteinander. Wir müssen also der zentralen Partei, die diese Gold-Zertifikate ausgibt, der müssen wir vertrauen, dass sie nicht einfach mehr Gold-Zertifikate ausgibt, als sie echtes Gold besitzt. Und das ist das Problem, dass wir heutzutage, man schätzt, ungefähr 200 Mal mehr Gold-Zertifikate haben als physisches, real existierendes Gold. Und ja, das ist halt eben dieses Oracle-Problem und diese 200-fachen Gold-Zertifikate, die haben natürlich auch krasse Auswirkungen auf den Goldpreis. Die manipulieren den Goldpreis und das trifft halt eben auf alle digital gehandelten Objekte zu. Wir können eben nicht garantieren, dass dieses Zertifikat 1 zu 1 den realen Status des echten Gegenstücks darstellt. Und Bitcoin ist das erste und einzige Objekt, was dieses Oracle-Problem gelöst hat. Das heißt, wir können Bitcoin als ersten Wertgegenstand ohne eine Vertrauenspartei digital über das Internet versenden. Und zwar mit Hilfe des Lightning-Networks in Echtzeit, kostenlos und anonym. Und Bitcoin löst dieses Oracle-Problem, weil es halt eben nur rein digital existiert und durch das Bitcoin-Mining, also durch das Schürfen von neuen Bitcoin kann man sagen, muss man ja Zeit und Energie in der realen Welt aufbringen. Wir müssen Bitcoin-Miner, also Rechengeräte aufstellen, die betreiben, die auf dem aktuellen Stand der Technik halten und so weiter und so fort. Und das erfordert nun mal Zeit und Energie in der realen Welt. Das heißt, dass Bitcoin-Mining effektiv funktioniert, wie die Gewinnung von Rohstoffen wie Gold oder Silber. Deswegen, wie gesagt, ist Bitcoin halt laut Börsenaufsicht ein Rohstoff. Für diese geleistete Zeit und Energie in der realen Welt für das Bitcoin-Mining erhalten wir eben als Belohnung ein Bitcoin-Zertifikat auf der Bitcoin-Blockchain. Und dieses Bitcoin-Zertifikat, also diese Besitzurkunde von einer gewissen Menge Bitcoin, das ist wertvoll, weil Bitcoin dezentral ist und keiner die Menge dieser Bitcoin-Zertifikate irgendwie verändern kann. Weil Bitcoin, wie gesagt, komplett dezentral ist, weil keine Person mehr oder weniger Rechte hat in diesem System. Keiner kann diese Bitcoin-Zertifikate einfach aus dem Nichts erstellen oder einfach kopieren und ganz wie beim Abbau von Gold kann sich halt keiner einen unfairen Vorteil verschaffen. Man kann Gold nicht einfach vervielfältigen oder ohne effizientere Ausrüstung besser Gold abbauen. Bitcoin versucht also, das beste Geld der Menschheit zu sein und ja, entweder ist Bitcoin das beste Geld oder es ist es nicht. Es gibt nur diese beiden Szenarien, Bitcoin wird die Grundlage unseres Geldsystems oder Bitcoin fällt auf Null, denn ja, Geld ist ein Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das heißt, es gibt keinen zweiten Platz, es gibt keine Silbermedaille. Warum sollte ich ein schlechteres Geld akzeptieren? Die Menschen tendieren historisch nachweisbar immer zum härtesten Geld und das ist meines Wissens nach nun mal eben Bitcoin. Aber um das wirklich zu verstehen, muss man sich erst damit beschäftigen, was Geld überhaupt ist. Geld ist nicht gut, Geld ist nicht schlecht, denn Geld ist im Endeffekt einfach alles. Geld ist einfach nur die Kommunikation von Werten. Effektiv kann jedes Objekt, jede Dienstleistung kann als Geld funktionieren. Die Frage ist nur, ob es gutes Geld ist. Geld soll, simpel gesagt, eigentlich nur unsere geleistete Zeit und Energie, also unsere Lebenszeit repräsentieren. Und ich denke mal, das stimmt mir hier dazu, jeder Mensch möchte, dass seine Lebenszeit möglichst wertvoll ist. Und damit deine Lebenszeit, also dein Geld, möglichst wertvoll ist, sollte niemand dieses Geld einfach ausweiten können. Und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, leben wir in einem inflationären Geldsystem. Das heißt, dass unser Geld stetig im Wert verliert. Wir haben derzeit eine Inflation von 10%. Das heißt, wenn wir unser Geld für ein Jahr auf dem Konto lassen, haben wir 10% an Kaufkraft verloren, also 10% unserer Lebenszeit. Und durch die Inflation wird uns allen einfach so unsere begrenzte Lebenszeit gestohlen. Um unsere Lebenszeit trotz Inflation zu erhalten, müssen wir nun mal an den Finanzmärkten spekulieren, um mit unserem Investmentgewinn diese Inflationsrate eben ausgleichen zu können. Durch dieses inflationäre Geld können wir sehen, sparen die Menschen einfach nicht mehr, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil man Geld eh weiter im Wert verliert. Und deswegen fangen die Leute an, an den Finanzmärkten zu spekulieren. Jeder ist gezwungen, an den Finanzmärkten zu spekulieren. Das führt dazu, dass die Kurse immer weiter steigen. Hier können wir sehen, die Spekulation an den Börsen, die explodiert förmlich. Die Menschen versuchen eben in begrenzte Werte zu flüchten, weil man dort seine Lebenszeit besser speichern kann, weil man diese begrenzten Werte nun mal schwieriger oder langsamer ausweiten kann als den Euro oder den Dollar. Ich glaube, dass die weltweit bekannteste Eigenschaft von Bitcoin ist, dass Bitcoin auf 21 Millionen Coins limitiert ist. Aber die allerwenigsten haben wirklich verstanden, welche Auswirkungen diese Limitierung auf genau 21 Millionen Coins wirklich zufolge hat. Denn diese Limitierung ist absolut unveränderbar. Es wird also niemals mehr oder weniger Bitcoin geben als 21 Millionen Stück. Und das ist eine bahnbrechende Erfindung. Alles auf dieser Welt ist effektiv ein Teil von 21 Millionen Bitcoin wert. Weil Bitcoin, wie gesagt, dezentral ist, kann jeder Mensch effektiv bald kostenlos irgendwann in einigen Jahren eine eigene Bitcoin-Bank sein und diese Grenze von 21 Millionen Bitcoin ohne Vertrauenspartei einsehen. Und alle anderen Objekte auf diesem Planeten, die können nun mal unter gewissen Bedingungen ausgeweitet werden. Nur Bitcoin nicht. Jedes Geld, das wir quasi damals genutzt haben, konnte irgendwann ausgeweitet werden. Da gibt es diese Geschichte des Geldes. Ganz früher haben Menschen Tauschhandel betrieben. Das heißt, wir haben zum Beispiel Vieh und Getreide gehandelt oder zum Beispiel auch Salz. Übrigens, das Wort Salary, also das englische Wort für Gehalt, das leitet sich vom lateinischen Wort Salarium ab, was für Salz steht. Denn ja, damals haben die Menschen, wie gesagt, Salz als Geld genutzt. Genauso wie sie später auch Muscheln oder Steine als Geld genutzt haben. Die Menschen haben quasi immer nach einem Geld gesucht, was sich möglichst schwer vervielfältigen lässt, weil dann ist das Geld eben am seltensten und dann hat es am meisten Wert. Gerade in Afrika haben die Menschen auch damals Glasperlen als Geld genutzt. Einfach, weil die Glasherstellung damals in Afrika noch nicht so fortgeschritten war. Das heißt, um die Geldmenge auszuweiten, musste man relativ viel Zeit und Energie aufbringen, um diese Glasperlen herzustellen. Als die Portugiesen dann aber irgendwann Afrika entdeckt hatten, haben die gesehen, dass die Menschen dort mit einem ganz normalen Glas bezahlt haben. Und da die Portugiesen nun mal in der Glasherstellung deutlich fortgeschrittener waren als die Afrikaner, konnten die Portugiesen einfach diese Glasperlen viel effizienter herstellen und konnten damit die Afrikaner enteignen. Einfach, weil die Afrikaner diese Glasperlen ja als Geld akzeptiert haben. Und für die Portugiesen war diese Glasperlen effektiv nichts wert, weil sie dir einfach um Nullkomman nichts herstellen konnten. Viele Leute behaupten, dass Gold das seltenste Objekt auf diesem Planeten sei. Ich glaube, in wenigen hundert Jahren wird das keiner mehr behaupten. Genauso wenig, wie Leute noch behaupten, dass Glasperlen etwas wert sind. Denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen in der Lage sind, Space Mining zu betreiben. Das heißt, es fliegen ungefähr 10.000 erdnahe Asteroiden um die Erde. Diese Asteroiden enthalten halt eben viele auf der Erde seltene Materialien wie Gold, Titan, Kupfer, was auch immer. Und sobald der technische Fortschritt weit genug ist, wird die Menschheit die Menge an Gold ganz einfach vervielfältigen können, weil wir dann sehr effizient im Weltraum Gold abbauen können. Und das heißt, dass Gold dann einfach nicht mehr als Geld funktionieren könnte. Jeder kann für sich nachsehen, wie viele Bitcoin und wann verfügbar sein werden. Das ist für jeden frei zugänglich, weil Bitcoin Open Source ist. Bitcoin ist damit das seltenste Objekt der Menschheit, weil wir dann eben diese feste Limitierung haben. Und weil Bitcoin dezentral ist, das heißt, dass immer mehr Bitcoin verloren gehen. Dadurch steigt ein Bitcoin innerhalb dieses Bitcoin-Netzwerks auf ewig im Wert. Und das macht Bitcoin eben zu einer Spartechnologie. Es gibt keine bessere und sichere Möglichkeit, deine Zeit und Energie, also deine Lebenszeit zu sparen. Und wie ich am Anfang bereits gesagt hatte, stehen wir bei Bitcoin noch komplett am Anfang. Aber umso mehr Leute das verstanden haben, desto mehr Leute werden in Bitcoin sparen. Das heißt, dass jedes Geld, was Menschen eigentlich zum Sparen nutzen wollen würden, das würden diese Menschen aus den ganzen Anlageklassen, wie Immobilien, Aktien, ETFs, Rohstoffen, alles was mit Sparen zu tun hat, würde Bitcoin in sich aufsaugen. Denn ich behaupte, dass Bitcoin wissenschaftlich betrachtet das derzeit beste verfügbare Geld der Menschheit ist. Es gibt verschiedene Kriterien, deren gutes Geld erfüllen soll. Wenn ihr euch dafür genauer interessiert, kann ich euch oben rechts ein Video verlinken, da gehe ich auf dieses Thema genauer ein. Und ja, wir können dementsprechend eigentlich ja objektiv behaupten, dass Bitcoin das derzeit beste Geld ist, das wir haben. Und es eben auch Fiat-Währungen, also den Euro, den Dollar und so weiter, ersetzen würde. Und auch diese Werte in sich aufsaugen würde. Der Preis, den Euro oder Dollar, ist deshalb eigentlich komplett irrelevant. Klar, wir nutzen noch alle den Euro oder den Dollar, deswegen bemessen wir eben auch Bitcoin, den Euro oder Dollar. Aber es macht eigentlich effektiv gar keinen Sinn, weil Bitcoin ein neues Geldsystem ist. Eigentlich müssten wir den Euro in Bitcoin bemessen. Und dann könnten wir sehen, dass im Laufe der bis jetzt nur 13 Jahre, die Bitcoin existiert, tendieren alle Werte im Vergleich zu Bitcoin tendenziell gegen Null. Und ja, kein Bitcoiner wird seine Bitcoin jemals wieder verkaufen. Man wechselt das Geldsystem. Man möchte ein Geldsystem haben, in dem man wieder sparen kann. In dem eine Lebenszeit möglichst viel wert ist. Und ich glaube, das möchte jeder Mensch. Und deswegen denke ich, sollte sich jeder Mensch auch mit Bitcoin beschäftigen. Und wenn ihr euch genau dafür interessiert, was die gesellschaftlichen Folgen von Bitcoin sind, dann kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Ein Geldsystem, das auf Bitcoin basiert, würde quasi Diktaturen unrentabel machen. Das würde Kriege unrentabel machen. Das würde verhindern, dass man systematisch Menschen diskriminieren könnte. Das würde Monopole verhindern. Das würde verhindern, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und so weiter und so fort. Wer sich dafür genauer interessiert, der kann sich zum Beispiel das Video hier angucken oder andere Videos auf meinem Kanal ansehen. Und dann würde ich sagen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr noch Fragen zu Bitcoin habt, dann stellt die immer gerne in den Kommentaren. Genauso wie wenn ihr Kritik zu Bitcoin habt, dann kann ich die auch in den kommenden Videos entkräftigen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.